Dein Kaffee. Oh, danke schön. Was liest du da? Ich habe hier einen Artikel über ein Buch mit den schönsten Orten Würzburg gefunden und habe mir überlegt, das zu kaufen, weil ich seit diesem Semester hier studiere und die Gänge kennenlernen möchte. Ja, aber dafür brauchst du ja kein Buch. Ich wohne schon vor langem in Würzburg und ich würde einfach sagen, wir machen am Samstag so einen Würzburger Tag und dann zeige ich dir einfach die schönsten Orte Würzburgs. Oh, das ist mega. Lass uns das machen. Ja, voll gerne. Okay. Das war doch ein guter Start für uns im Würzburger Tag. Was würdest du denn als nächstes machen wollen? Ich hätte Lust auf Shopping. Gibt es etwas in der Nähe? Ja, es ist nicht weit weg. Dann lass es gleich losgehen. Ich wünsche dir dann unsere Richtung. Hast du Lust, an den Main zu gehen und ein bisschen was zu essen? Ja. Weil ich hab paar Snacks dabei. Ja, ok. Gerne. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020